Was ist eigentlich eine Website-Sammlung und was braucht man, um so etwas zu erstellen? Eine Skizze hilft, diese Frage zu beantworten. Bevor wir eine Website-Sammlung erstellen, sollten wir uns das dahinterstehende Konzept vor Augen führen und bestimmen, wer die Verantwortung für die Verwaltung des Inhaltes in dieser Website-Sammlung übernehmen soll. Grundlage einer Website-Sammlung ist die Bereitstellung einer Web-Anwendung, die eine IES-Site in Verbindung mit einer SQL-Sorber-Datenbank im Rahmen der Farm bereitstellt und außerdem für die Nutzung bestimmter Dienstanwendungen konfiguriert wurde. Aus der Web-Anwendung geht mit dem Erstellen einer Website-Sammlung eine ebensolche hervor. Eine Website-Sammlung ist jedoch nur ein konfigurationisches Objekt, also nicht physikalisch greifbar. Die Website-Sammlung ist ersichtlich durch eine Website der obersten Ebene, die entsprechende Bibliotheken und Listen enthält, um dem Anwender auch Content bereitzustellen. Das heißt, eine Website-Sammlung ist rein konfiguriert und enthält unbedingt eine Website der obersten Ebene, in der dann Content abgelegt werden kann, um zum Beispiel eine Startseite zu gestalten. Willkommen auf unserer Homepage. Websites können innerhalb der Website-Sammlung dann nach unten und nach rechts stehend verschachtelt werden. Innerhalb der Websites können Bibliotheken und Listen abgelegt werden, um Content-Inhalt in die Website einzustellen. Klar muss uns nun sein, wer hat für welchen Bereich in dieser Struktur die Verantwortung. Das Verwalten der Farm-Datenbank, das Bereitstellen der Web-Anwendung, das Zuordnen von gemeinsamen Diensten und damit auch die Steuerung von Ressourcen und Performance ist eine Kernaufgabe der IT-Administration. Hier befinden wir uns im Rechenzentrum. Hier müssen IT-Fachleute DNS-Server verwalten, Zertifikate bereitstellen, Datenbanken verwalten und dergleichen mehr. Mit Erstellung der Website-Sammlung wird ein IT-Administrator jedoch einen Website-Sammlungsbesitzer benennen, der dann die Verantwortung für die gesamte Website-Sammlungsstruktur übernimmt. Damit hat er quasi eine Art Schrank geschaffen und die Schlüssel für diesen Aktenschrank an einen verantwortlichen, zum Beispiel Projektleiter, übergeben und sich selbst aber auch ausgesperrt. Das heißt also, in der Regel hat der IT-Administrator auf diesen Arbeitsbereich später keinen Zugriff mehr. Es sei denn, der Zugriff würde ihm explizit vom Projektleiter gewährt. Bedeutet, der Projektleiter würde ihm eine Kopie des Schlüssels für den Aktenschrank an die Hand geben. Deshalb müssen wir im Vorfeld die Grundlagen schaffen, das heißt Web-Anwendungen bereitstellen, performanten Datenspeicher konfigurieren und auch ermitteln, an wen wir eine Website-Sammlung zu welchem Zweck übergeben. Bis zum nächsten Mal.